Beim Verkauf eines Investmentdiamanten müssen Sie unbedingt an die Person denken, die den Diamanten von Ihnen kaufen möchte. Das kann jeder Juwelier in jeder Geschäftsstraße sein. Juweliere sind immer an Diamanten interessiert. Aber Sie müssen immer bei mindestens zwei oder drei Juwelieren anfragen, wenn Sie den Diamanten bewerten. Jeder möchte natürlich den besten Preis erzielen und als Laie muss man vorsichtig sein. Aus diesem Grund sollten Sie einige Juweliere besuchen und mehrere Meinungen einholen, um sicherzugehen, dass Sie den besten Preis erzielen. Einen Diamanten zu verkaufen ist leicht. Jedes Geschäft, das Diamanten verkauft, wird auch welche ankaufen. So einfach ist das. Besuchen Sie ein Geschäft, das Diamanten verkauft und zeigen Sie Ihren Ring, vielleicht mit Ihrem Halbkaräter und fragen Sie, was Sie dafür bekommen würden. Lassen Sie sich erläutern, welcher Preis angemessen ist und dann gehen Sie zum nächsten Geschäft. Auf diese Weise erzielen Sie für sich den besten Preis. Jedes Geschäft, das Diamanten verkauft, kauft auch welche an. So einfach ist das.